Herr Rosa, eines Ihrer bekanntesten Bücher trägt den Titel Beschleunigung, die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Warum beschleunigt sich für uns alles? Bringt die Beschleunigung am Ende doch mehr Lust als Frust? Glauben wir, dass wir etwas versäumen? Das glaube ich schon. Also die Beschleunigungserfahrung ist eine ambivalente. Wir stöhnen da oft drüber und sagen, ja alles so schnell geworden und wir haben so wenig Zeit. Aber das ist eine interessante daran ist, dass die Tatsache, dass die Dinge schnell werden, uns ja eigentlich mehr Zeit geben müssen und nicht weniger. Und das andere ist, dass wir da uns zwar unter Druck gesetzt fühlen, aber gleichzeitig natürlich auch ja Lusterfahrungen mit Geschwindigkeit haben. Aber ich glaube, es geht sogar noch tiefer. Unsere Vorstellungen von Freiheit und von Glück sind ziemlich essentiell mit dieser Dynamisierung von Welt verknüpft. Also in der Lage zu sein, Dinge in Bewegung zu setzen, aber auch schnell Sachen erreichen zu können, entweder sie herzuholen oder hinzugehen, hängt mit unserer Vorstellung von Freiheit zusammen, von Vergrößerung von Weltreichweite. Also mehr Welt unter Kontrolle zu bringen, erreichbar zu machen. Das ist ganz, ganz tief in unsere kulturelle Logik eingelassen, sodass da tatsächlich ein Antriebsmoment in uns selber ist. Also wenn wir glauben, wir sind nur die Opfer der schnellen Technik, dann sehen wir das falsch. Beschleunigung ist an sich ja kein ganz neues Phänomen. Man spricht darüber ja schon seit vielen Jahrzehnten. Sehen Sie trotzdem in der Situation, in der wir heute im 21. Jahrhundert sind, eine außergewöhnliche Tendenz, etwa durch die technologischen Entwicklungen? Also ich glaube, dass es nicht erst ein Phänomen des 21. Jahrhunderts ist. Man kann seit dem 18. Jahrhundert spätestens periodische Wellen von Beschleunigung beobachten. Das sieht man besonders gut im technischen Bereich, nicht nur da, aber besonders gut. Also auch um 1900 herum, zwischen 1880 und 1920 hat sich die Welt ja gravierend beschleunigt. Also die Eisenbahn hat sich da noch mal sehr deutlich ausgebreitet. Auch Straßenbahnen begannen sich auszudehnen. Aber auch das Automobil, die Automobilisierung war zumindest in den Anfängen da. Und dann kam so was wie Telefon dazu und Telegrafie und Elektrifizierung. Das heißt, man sieht, dass historisch gesehen sich immer wieder so Beschleunigungswellen ausbreiten, die ganz oft mit neuen Technologien zusammengehen. Und ich glaube, dass wir gegenwärtig tatsächlich noch immer mit den Auswirkungen zumindest der letzten Beschleunigungswelle kämpfen und die auch spüren, die verknüpft ist einerseits mit der gewaltigen Digitalisierung natürlich, die immer noch anhält, die ja ganz, die ja unsere Lebensbereiche, unsere Lebenswirklichkeit in ganz grundlegender Weise verändert hat. Viel mehr als das Fernsehen oder andere Technologien. Aber die Beschleunigung, die wir jetzt erfahren, hängt auch mit politischen Veränderungen zusammen. Mit dem Niedergang des eisernen Vorhangs, welches sozusagen Osteuropa und die ganze Welt, die eben hinter dem Vorhang lag, dynamisch erreichbar gemacht hat und auch in ganz kurzer Zeit gewaltig umgebaut hat. Und dann sowas wie Digitalisierung der Finanzmärkte und Deregulierung vor allen Dingen auch, da spielen auch politische Prozesse eine Rolle. Die haben Welt insgesamt dynamisiert und beschleunigt. Globalisierungsphänomene sind Beschleunigungsphänomene. Es ist ja nicht neu, dass sich Menschen oder Güte oder Ideen weltweit verbreiten, aber dass es in Sekundenbruchteilen geht, das ist neu. Sodass ich glaube, wir erleben momentan eine neue Beschleunigungswelle, die nicht die erste ist und vielleicht auch nicht die letzte, aber die insgesamt die Geschwindigkeit noch einen neuen Höhepunkt getrieben hat. Wohin kann denn Beschleunigung führen? Welche Gefahren sehen Sie auf diesem Weg? Geht es vielleicht darum, dass Erfahrungswerte leiden, dass Erlebnis- und Empfindungstiefe verloren geht? Ja, ich denke mal, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss, weil das ist ganz interessant. Kulturhistorisch gesehen ist jede Beschleunigungswelle mit genau dieser Sorge bedacht worden oder von dieser Sorge begleitet worden, dass auch Wissenschaftler gesagt haben, oh, zu viel Geschwindigkeit ist schlecht für uns. Also schon körperlich gab im Laufe des 19. Jahrhunderts immer wieder Warnungen, dass mehr als 30 Stundenkilometer für das menschliche Gehirn nicht gut sei. Das sei nicht dafür gemacht und deshalb käme es zu Gehirnerweichungen und ähnlichen Dingen. Und zum Beispiel diese Angst der Gehirnerweichung wiederholt sich wirklich periodisch. Durch jede neue Technologie wurde angeblich das Gehirn weich gemacht. Fernsehen zum Beispiel. Und heute haben wir das eigentlich wieder so mit dem Handy. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht richtig sei. Ich will nur sagen, es ist interessant, dass es immer wieder kommt. Und natürlich haben wir gesehen, dass wir uns an ganz viele Geschwindigkeiten gewöhnen können, sowohl psychisch als auch physisch. Was jetzt nicht ausschließt, dass es da tatsächlich absolute Grenzen gibt. Aber ich glaube, eine Analyse der Problemlage muss vielleicht gar nicht so stark von absoluten Grenzen ausgehen, als vielmehr von dem, was ich Desynchronisation nenne. Es lässt sich nicht alles gleichermaßen, also gleich schnell beschleunigen, weder zur gleichen Endstufe noch im gleichen Tempo verändern. Sodass wir sehen, es gibt im Bereich des Körpers und des Menschen, aber auch im Bereich der Kultur und der Gesellschaft Dinge, die schneller gehen und Dinge, die eben nicht so schnell gehen. Eine Desynchronisation, die offensichtlichste, ist die ökologische. Da sehen wir eben auch, dass die Natur Eigenzeiten ausbildet, besonders in der Reproduktion. Also wir verbrauchen Rohstoffe schneller, als sie sich reproduzieren können. Und wir schlachten oder wir jagen Tiere, die dann aussterben, weil wir sie zu schnell dezimieren. Oder Fische oder Bäume zum Beispiel. Wir schlagen sie in einem Tempo, was zu hoch ist für sie zum Nachwachsen. Aber ich glaube, auch innerhalb der Gesellschaft sehen wir solche Desynchronisationsprozesse. Politik, Demokratie insbesondere, ist ein zeitaufwendiges Geschehen. Da geht es ja nicht einfach nur darum, dass man per Klick Ja oder Nein sagt, sondern dass man Positionen formuliert, artikuliert. Dass man dann in einer Debatte deliberativ versucht, Argumente zu filtern und dann einen Konsens zu finden. Das ist ein zeitaufwendiger Prozess. Und der lässt sich nicht so ohne weiteres beschleunigen. Je pluraler Gesellschaften werden und je komplexer die Sachen, um die es da geht, umso mehr Zeit braucht es. Und möglicherweise sehen wir auch Desynchronisationserscheinungen einfach im Blick auf menschliche Psyche. Obwohl sich auch die Psyche, also unsere das, was man früher Seele nannte oder einige immer noch Seele nennen, auch das hat seine Eigenzeit, eine eigenzeitliche Logik. Und man kann sich nicht beliebig schnell zum Beispiel auf neue emotionale Inhalte einstellen. Wenn man durch seinen E-Mail-Account geht oder durch den SMS-Account, da wird man feststellen, da kommt eine Nachricht, die ist ganz toll. Du hast eine Einladung nach Shanghai, klingt super. Die Nächste sagt, wusstest du, dass dein Klassenkamerad gestorben ist? Und die Übernächste sagt, wir müssen die Sitzung morgen verschieben. Das sind drei ganz unterschiedliche Kontexte und drei ganz unterschiedliche Problemlagen, auf die wir mit dem Verstand ziemlich gut reagieren können, aber nicht so ohne weiteres psychisch oder emotional. Sodass manche sagen, vielleicht kommt es tatsächlich zu einer Art Gefühlstaubheit, zu einer Indifferenz in der Welterfahrung. Wir können zwar verstandesmäßig reagieren, aber nicht gefühlsmäßig. Georg Simmel hat das schon um 1900 als eine mögliche Gefahr gesehen. Und die Radikalform wäre dann so etwas wie ein Burnout als Folge zu hoher Geschwindigkeit. Sie sprechen von einer Beschleunigungsgesellschaft, also von einer Entwicklung, die uns mehr oder weniger alle betrifft. Bedeutet das, dass der Einzelne gegen diese Entwicklung gar nichts tun kann? Also der Begriff Beschleunigungsgesellschaft ist nicht ganz ungefährlich, weil Soziologinnen und Soziologen alle paar Jahre eine neue Gesellschaft ausrufen. Also Freizeitgesellschaft, Arbeitsgesellschaft, Erlebnisgesellschaft, Risikogesellschaft, immer mit der Idee, das gilt für alles und alle. Das will ich gar nicht tun. Also die Analyse der Beschleunigungstheorie besagt nicht, dass alles schneller wird, sondern es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die langsamer werden oder die sich nicht beschleunigen lassen. Es gibt natürlich Geschwindigkeitsgrenzen im Gehirn, in der Natur. Es gibt auch Verlangsamungsprozesse. Mal sind die dysfunktional, der Stau zum Beispiel oder auch die ökonomische Rezession. Oder vielleicht kann man sogar die psychischen Depressionserkrankungen als Verlangsamung beschreiben. Und es gibt auch bewusste Verlangsamungsprozesse, die Slow-Food-Bewegung oder andere. Sodass ich nicht sagen will, alle Bereiche beschleunigen sich. Aber was man schon sagen kann, ist, dass es mindestens drei Sphären gibt, die ziemlich kontinuierlich von Beschleunigung geprägt sind. Das eine sind technische Beschleunigungen von Transport, Kommunikation und Produktion. Das zweite sind eine Zunahme von Veränderungsgeschwindigkeiten in ganz vielen Lebensbereichen. Und das dritte ist dann die Beschleunigung des Lebenstempos. Also Menschen versuchen mehr Dinge in der gleichen Zeit zu tun. Und tatsächlich glaube ich, dass diese Beschleunigungsgesellschaft insofern gerechtfertigt ist, als es alle Lebenssphären fast betrifft. Das Arbeitsleben, die Bildungsprozesse, die Pflegeprozesse, die Unterhaltungsindustrie, die Medien, die Politik. Überall kann man diese Beschleunigungszwänge beobachten. Und man kann sie auch bei allen sozialen Schichten beobachten. Sie wirken sich da nur unterschiedlich aus. Also manche sagen oder haben gesagt, als ich an meiner Beschleunigungstheorie arbeitete, das ist eher nur ein Elitenphänomen. Die Bereiche oder die gesellschaftlichen Eliten sind eben beschleunigt. Das halte ich für ganz falsch. Also wenn man sich mal, wenn man muss nur eine Kassiererin im Supermarkt beobachten oder eine Frau, die in der Bäckerei arbeitet zum Beispiel, die gleichzeitig die Kunden, die Laufkundschaft bedienen muss und vielleicht noch irgendwie das Stehkaffee oder sogar das Sitzkaffee bedienen und so weiter. Oder Leute in der Pflegeindustrie oder Fernfahrer, die auf bestimmte Zeiten fahren müssen. Also der Beschleunigungsdruck ist zumindest in allen Berufssphären massiv da. Und noch schlimmer ist er dort nur auf andere Weise, wo Menschen zwangsentschleunigt werden. Also wenn sie arbeitslos werden oder auf andere Weise aus dem Hamsterrad hinausgeworfen werden, dann haben sie da zwar viel Zeit, aber diese Zeit wird ihnen entwertet. Sie können damit nichts mehr anfangen. Und die wird sogar gesellschaftlich stigmatisiert, sodass der Zwang zur Beschleunigung und sozusagen die Sanktionen für den Verlust der Fähigkeit, da mitzugehen, sich überall auswirkt. Alle trifft. Die Frage ist, kann man da was dagegen machen? Da würde ich sagen, klar, also Veränderungen. Ich glaube nicht, dass man als Individuum oder als Einzelner oder selbst als kleine Gruppe das Problem lösen kann, weil es ist ein strukturelles und gesellschaftliches Problem. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass man gar nichts tun kann. Ich stelle mir das so ähnlich vor, wie wenn man eine Krankheit hat, Diabetes zum Beispiel. Die kann ich nicht heilen, im Moment jedenfalls noch nicht. Aber ich kann Coping-Strategien entwickeln, also Strategien, damit umgehen zu lernen, damit zu überleben. Und da experimentieren ja auch viele Menschen, indem sie versuchen, sich kleine Entschleunigungsoasen oder so etwas zu schaffen. Es wird per se nicht unbedingt das Problem lösen. Ich bezeichne das häufig als funktionale Entschleunigung. Sprich, der Manager geht für zwei Wochen ins Kloster vielleicht im Sommer, um dann neue Energie zu sammeln, um kreativer und leistungsfähiger zu werden. Und damit trägt er eigentlich durch dieses Verhalten zur Steigerungslogik bei und bekämpft sie nicht. Aber eine gewisse Umorientierung, gerade auch im Blick auf die Frage, was macht mein Leben eigentlich zu einem guten Leben? Da kann tatsächlich jeder Einzelne, hat da wenigstens kleine Spielräume, um was zu tun. Sie sprechen davon, dass wir die Welt als Resonanzraum erfahren wollen, dass es also einen Widerhall geben muss zwischen unserer Innenwelt und der Außenwelt. Liegt darin auch ein Grund dafür, dass die sozialen Netzwerke einen solchen Erfolg hatten? Das glaube ich schon. Ich glaube, es gibt ein menschliches Grundbedürfnis, einerseits sich seines Platzes in der Welt irgendwie bewusst zu werden oder zu vergewissern. Also wir brauchen, glaube ich, einen Sinn für eine Verortung. Und zu diesem Sinn für Verortung gehört so etwas wie eine Antwortbeziehung, dass ich nicht einfach mich irgendwo willkürlich platzieren kann oder will, sondern dass ich in Antwortbeziehungen leben muss, dass die Welt mir antwortet. Das ist, glaube ich, die Grunderfahrung, die wir machen oder wenn wir sie machen, ist es die Grunderfahrung dessen, was wir ein gelingendes Leben nennen. Also wenn wir uns fragen, was sind denn die Momente, in denen ich sagen würde, jetzt gelingt Leben oder so müsste es eigentlich sein, da sind es meistens Momente, in denen man feststellt, erstens, man wird von etwas berührt oder bewegt. Das interessiert mich, das geht mich an, das spricht zu mir. Wir sagen ja tatsächlich auch oft, das sagt mir zu oder das spricht mich an in dem Sinne. Aber es gibt, dazu bedarf es auch der Gegenteil, der Gegenteiligen, der gegenrichtigen Bewegung, nämlich, dass wir auch etwas erreichen, dass wir andere Menschen zum Beispiel wirklich zu berühren oder zu bewegen mögen und dann in eine Art von Antwortverhältnis treten oder einen Dialog. Und ich glaube, es ist diese Suche nach Resonanzen, die uns in diese sozialen Foren zum Beispiel treibt. Jeder hat da andere Strategien, der eine macht es über Twitter, der andere über Facebook oder WhatsApp oder sonst wo. Und natürlich gibt es diese inzwischen diese Sehnsucht, Likes zu kriegen oder so, also Klicks im Sinne des Gefällt mir oder gegebenenfalls auch negative Klicks, Kommentare oder so etwas, Freunde zu sammeln, Follower zu gewinnen. Das sind Strategien, sich zu vergewissern, dass die Welt antwortet, dass wir verbunden sind, dass wir Teil eines dynamischen Geschehens sind. Es drängt sich allerdings ein bisschen der Eindruck auf, dass daran etwas defizitär ist. Einfach deshalb, weil wir das sozusagen fast suchtförmig immer mehr davon brauchen. Also die Nachhaltigkeit ist ziemlich gering, egal wie hoch die Feedbackrate heute ist, wenn sie morgen niedriger ist, habe ich schon das Gefühl, da stimmt was nicht. Also das führt fast zu einem Dauersuchthalten, so eine Art Panik, panischer Suche nach Resonanz auf der einen Seite. Und das andere Problem ist auch die Quantifizierungslogik. Wir zählen dann wirklich Freunde, Follower oder Kommentare oder Likes. Und das scheint irgendwie weniger nachhaltig zu sein als eine de facto Face-to-Face-Begegnung in irgendeiner Form oder überhaupt eine Naturerfahrung oder eine Kunsterfahrung, sagen wir mal eine Bergwanderung oder so. Jedenfalls hat man da das Gefühl, dass das nachhaltiger ist, einem tiefer prägt als diese Art von Resonanzsuchen. Setzt eine wirkliche Resonanzerfahrung nicht auch ein sich einlassen, sich Zeit nehmen voraus, also gewissermaßen das Gegenteil von Dinge gleichzeitig tun, Multitasking? Ich finde es ganz interessant sich zu überlegen, wie diese gelingenden Momente des Lebens sich als Resonanzmomente oder Resonanzerfahrungen beschreiben würde, wie die sich zu dieser zeitlichen Problematik verhalten. Ich glaube nämlich in dem Moment, wo wir wirklich in Resonanz sind mit etwas oder jemand, also in einem guten Gespräch mit Freunden oder in einer Intimbeziehung zum Beispiel, aber auch in einer intensiven Naturerfahrung oder Kunsterfahrung oder religiösen Erfahrung. Ich glaube, da haben wir eine Wahrnehmung von Zeit, die einerseits Zeit vergessen ist. Wir wünschen dann nicht, dass die Dinge schneller oder langsamer gehen wollen. Und vor allen Dingen sind wir aber auch, wir sind schon ganz im Moment im Sinne von, wir wünschen da nicht vorauszueilen oder hinterher zu gehen. Keiner würde dann auf die Uhr gucken. Also wenn wir auf die Uhr gucken, ist es immer schon eine Resonanzunterbrechung. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass Resonanzerfahrungen solche sind, die nur im Hier und Jetzt stattfinden, weil das Erstaunliche ist eigentlich, dass sie es schaffen, Zukunft und Vergangenheit fast in sich aufzuheben, zu verbinden, anzuschließen. Das sieht man besonders gut zum Beispiel bei geschichtlichen Resonanzerfahrungen, weil die machen wir nämlich auch manchmal. Man geht an irgendeinen Ort, an ein Amphitheater in Rom oder sonst wo hin. Kann auch eine negative Assoziation sein, vielleicht ein Konzentrationslager und fühlt sich wirklich davon berührt. Und da stellt man plötzlich fest, da gibt es eine Verbindung. Die Resonanz besteht gerade darin, dass es eine Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und möglicher Zukunft gibt. Also so als öffne sich der Zeitstrom durch uns hindurch. Das ist eine ganz andere Logik und Form der Zeiterfahrung als die zerstückelte, chronologische, lineare Zeiterfahrung, in der wir immer sonst sagen, ich habe jetzt aber wirklich nur noch zwei Minuten oder in drei Minuten muss ich da oder dort sein. Insofern ist es, glaube ich, richtig, dass die Logik von Resonanzbeziehungen sich der zeitlichen Steigerungslogik, die ich im Beschleunigungsbegriff zu bündeln versucht habe, widersetzt. Und jenseits solcher Resonanzerfahrungen, die immer momenthaft sind, glaube ich, dass wir auch sowas wie Resonanzachsen brauchen. Also wir vergewissern uns unserer Resonanzbeziehung zur Welt in der Regel entlang stabiler aufgebauter Beziehungen, die ich Weltbeziehungen der Weltanverwandlung nenne. Also ich muss mir einen Weltausschnitt anverwandelt haben, damit der zu mir spricht. Ich muss Menschen gut kennen. Ich muss sie ein bisschen kennen und sie mich in der Regel, damit ich weiß, da habe ich eine Art von Resonanzbeziehung. Aber das gilt auch zum Beispiel für Musikstücke. Wenn ich sie nur mal ganz kurz höre, schon mit dem Bewusstsein, gleich muss ich auf den Zug, wird es mir kaum gelingen, das so anzuverwandeln, dass es wirklich in so eine Art sprechender Beziehung kommt. Ich verwende deshalb den Begriff der Anverwandlung, weil ich glaube, dass eine wirkliche Resonanzbeziehung oder Erfahrung einen immer auch ändert. Also in dem Moment, wo mich etwas wirklich existenziell berührt, ein Mensch oder ein Buch oder eine Musik oder eine Idee, ändert sie mich auch ein bisschen. Ich bin danach ein anderer. Und sich auf so etwas einzulassen erfordert Vertrauen in das, mit dem ich da umgehe und die Bereitschaft, eine gewisse Öffnung zu erreichen. Resonanzbeziehungen machen verletzlich, weil sie die Verflüssigung des Selbst- und Weltverhältnisses voraussetzen. Und wenn ich in einem strategischen Interaktionskontext bin, in dem es auf Schnelligkeit und Effizienz und Erfolg und Optimierung ankommt, entsteht keine solche Resonanzachse. Da entsteht gar nicht die Bereitschaft zur Anverwandlung. Ich nenne es dispositionale Entfremdung. Man schließt sich als Subjekt gegenüber der Welt, um schnell, effizient, variabel und flexibel reagieren zu können. Ich möchte auf einen Begriff zurückkommen, der sich mir jetzt aufgedrängt hat. Resonanz sucht. Kann das nicht auch ein bisschen damit zu tun haben, dass wir letztlich vor uns selbst davonlaufen? Also ich glaube, dass in der ganzen Beschleunigungslogik tatsächlich auch so ein Moment panischen Weglaufens vor dem Tode stattfindet. Weil es ist natürlich richtig, alle Menschen wissen, vielleicht sind Menschen als Lebewesen tatsächlich dadurch gekennzeichnet, dass sie eben um die Endlichkeit ihrer Existenz wissen. Also wir wissen, dass wir eines Tages sterben werden. Und warum ist das schlimm? Weil wir dann viele Dinge nicht mehr tun können. Man kann auch sagen, weil dann unsere Weltbeziehung endet. Ja, ich kann nicht mehr teilhaben an Welt. Ich kann ihre Möglichkeiten, ihr Angebot, ihre Tiefe nicht mehr ausschöpfen. Und ich denke, dass es richtig ist, dass moderne Gesellschaften, also überwiegend säkulare Gesellschaften, mit dem Problem nicht mehr so umgehen, dass sie sagen, naja, aber das eigentliche Leben beginnt danach im Jenseits oder zum Beispiel mit der Kette von Wiedergeburten, sondern wir versuchen die Tiefe der Welt und ihre Möglichkeiten, ihr Angebot, auch unsere eigene Tiefe und Möglichkeiten ganz auszuschöpfen im Hier und Jetzt. Und der Tod wird es dann beenden. Und wenn ich jetzt schneller werde, kann ich mehr entfalten, mehr Welt mitnehmen. Ich kann tatsächlich mehr Welt ausschöpfen. Hans Blumberg, der Kulturphilosoph, sagt, Weltzeit und Lebenszeit fallen immer auseinander. Das Leben ist zu kurz für die Tiefe der Welt. Aber wenn ich schneller mache, kriege ich mehr rein. Und das erzeugt irgendwie die Idee, naja, wenn ich unendlich schnell werde, kann ich noch unendlich viele Dinge tun, bevor ich sterben muss. Dann kann ich viele Orte gehen, viele Menschen kennenlernen, viele Sachen entfalten und entwickeln. Dann habe ich so etwas wie ein ewiges Leben vor dem Tod. Ich brauche den Tod dann als Optionenvernichter nicht zu fürchten. Und natürlich wissen wir und fühlen, dass das nicht richtig aufgeht. Und das führt in eine gewisse Panikreaktion. Ich glaube sogar, dass das schlimmer wird, wenn uns einleuchtet, dass diese Strategie der Lebensverlängerung durch Beschleunigung nicht wirklich aufgeht. Weil wir dann feststellen, wenn wir die Erlebnis-Tiefe nicht erreichen, dann steigern wir den Versuch, Weltreichweite zu vergrößern. Das kann man sich an leichten Beispielen klar machen. Mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel Musik. Ich kaufe mir gerne CDs und höre sie mir an und stelle fest, je weniger mich die CD, die ich mir kaufe oder anhöre, befriedigt, umso eher kaufe ich neue, umso schneller und auch umso panischer, dass da schon irgendwas dabei sein wird. Und die gleiche Logik haben viele Menschen mit Büchern oder sogar mit Urlaubsorten. Man denkt dann immer schon an den nächsten und übernächsten Urlaub und verschenkt damit eigentlich die Möglichkeit, das jeweils aktuelle tatsächlich in der Tiefe auszuschöpfen. Also ich glaube schon, dass es einen Widerspruch gibt zwischen Beschleunigung und Erlebnistiefe. Aber man darf den auch nicht radikalisieren. Es gibt manche Sachen, eine Achterbahnfahrt zum Beispiel, wird nicht tiefer in ihrer Erlebnisqualität durch Verlangsamung. Und es gibt auch so etwas wie momenthafte Resonanzen. Bei Baudelaire gibt dieses schöne Gedicht an eine vorübergehende, wo nur in einem vorübergehenden Blick plötzlich eine ganze Welt aufscheint. Ich glaube allerdings, dass diese Welt in einem Blick aufscheinen kann, hat auch wieder spezifische Voraussetzungen, die schon eine Öffnung des Subjekts ja nicht voraussetzt oder zur Bedingung hat. Also es gibt auf jeden Fall ein Spannungsverhältnis zwischen Beschleunigung und Tiefe des Daseins oder des Erlebens. Das man auch nicht unbedingt lösen versuchen muss. Aber ich glaube schon, dass es sich lohnt und da kann tatsächlich jeder und jeder bei sich selber anfangen, sich da zu beobachten, welche Art von Erfahrungen verbinden sich in welchen Kontexten und auch welche Reaktionen auf Dinge. Ich meine, es gibt eine Art von ökonomischer Logik, wo man sagen kann, das Problem ist, ich kann immer mehr Welt in Reichweite bringen mit immer weniger Geld. Also ich kann mir inzwischen den ganzen Beethoven kaufen für 49,90 Euro oder den ganzen Mozart für 79 Euro und kann natürlich auch an viele Orte reisen oder so mit immer weniger Geld. Genau genommen zielen wir ja immer darauf ab, bring mehr Welt mit weniger Geld in die Reichweite. Jetzt hast du einen Handyvertrag oder einen Internetvertrag, da kannst du unbegrenzt telefonieren, ausweiten oder so. Oder Spotify finde ich auch ein gutes Beispiel, die Art, wie wir Musik hören. Bring, was weiß ich, wie viele Millionen Titel für nur 9,90 Euro in deine Reichweite, so dass der einzelne Titel, wenn ich sie mir jetzt anhöre, eigentlich nur noch ein paar Cent wert ist. Und die Frage ist dann aber, ob diese paar Cent sich vertragen damit, dass ich eine Stunde brauche oder drei Stunden, um eine Wagner-Oper zu hören. Und in unserem Bewusstsein, obwohl sich das keiner explizit klar macht oder eingesteht, lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr, eine ganze Wagner-Oper, die ich mir für 99 Cent aneignen kann, drei Stunden lang zu hören. Und es gibt die Reaktion darauf, dann zu sagen, bevor ich jetzt die drei Stunden höre, kaufe ich mir lieber noch, was weiß ich, Mahler-Symphonien für genauso wenig Geld. Und wenn man sich so beobachtet, was tue ich eigentlich, wie lebe ich eigentlich, woran hängt auch meine Libido sozusagen, mein Begehren? Dann, glaube ich, stellt man fest, da stimmt was nicht im Moment in der Art und Weise, wie wir mit Welt interagieren. Es gibt heute ja zahlreiche Ratgeber vom Zeitmanagement bis zum Lebensmanagement, von der Meditation bis hin zum Klosterurlaub. Haben Sie auch Tipps, welche Resonanzräume sollte sich ein Mensch erschließen? Also ich will nicht sagen, ich wollte nie eine Soziologie betreiben, die sagt, ja, also ich weiß es ja viel besser, aber die dummen Massen machen es falsch. Also genau genommen finde ich, also ich beobachte auch gerne meine eigenen, also Verhaltensweisen. Deshalb möchte ich nicht irgendwie als Guru daherkommen und den Menschen sagen, wie sie leben sollen. Und es geht mir auch wirklich darum zu sagen, diese Zwänge sind strukturell und kulturell so tief eingelassen in die Sozialformation der gegenwärtigen Gesellschaft, dass man da nicht einfach rausspringen kann. Also mehr Gelassenheit oder die richtige Welthaltung und dann ist alles okay. Und ich glaube, was wirklich hilft ist, oder was ich als eine wirksame Strategie erfahren habe, ist, wenn man Resonanzfelder oder Sphären findet, egal welche Art Design mögen, eine Hobby zum Beispiel oder eine Tätigkeit zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Chor singen. Ist vielleicht ein bisschen bildungsbürgerlich belastet, aber viele Menschen erfahren das als eine Sphäre. Und es liegt ja auch nahe, Chor oder Singen ist per se eine Resonanztätigkeit. Ja, man kommt in Resonanz mit seinem eigenen Körper, man fühlt den wirklich, wie der Körper schwingt. Aber natürlich auch mit den anderen Singenden und mit dem Raum, in dem man steht. Und vielleicht dann auch noch über die kognitive Ebene, über den Inhalt dessen, was man da singt, entsteht so etwas wie ein großes Resonanzfeld, der plötzlich das Weltverhältnis in Resonanz versetzt. Und jetzt dieses Chor singen kommt aus allen Seiten unter Druck. Das eine ist, dass man vielleicht ein bisschen Stress hat. Die Frau X oder Herr Y ist irgendwie doof in letzter Zeit. Und vor allen Dingen, dass man ganz viele andere Sachen tun könnte, wenn der Choraprobe ist. Eigentlich wollte man da in Urlaub fahren oder es gibt da gerade ein tolles Fußballspiel oder irgendwas. Sodass alle diese Sachen immer unter Erosionsgefahr ist. Und oft leuchtet es einem auch selber nicht mehr ein, dass man sagt, ach dieser blöde Chorap, ich habe in letzter Zeit eh keine Lust. Und ich glaube, da eine gewisse Sturheit auszuprägen und diese Sphären zu schützen, das muss beileibe nicht nur Chor sein. Das kann eine Tätigkeit sein, das kann ein Ort sein, an dem man lebt. Dann zu sagen, nein, ich habe gefunden, dieser Ort ist potenziell oder bildet eine Resonanzachse für mich. Dann einigermaßen stur daran festzuhalten. Das hilft, glaube ich, weil wir ja im Prinzip alles kontingent machen. Man kann alles ändern, den Beruf, den Lebenspartner, den Lebensort, die Hobbys. Und da lassen wir uns häufig davon leiten, dann zu sagen, ja, ich ziehe lieber um. Ich ziehe zum Beispiel lieber in die Stadt, weil da habe ich viel mehr Möglichkeiten. Das folgt immer dieser Idee, da habe ich viel mehr Welt in Reichweite. Und ich glaube, man kann diese Balance ein bisschen verschieben. Es geht nicht darum, mehr Welt in Reichweite zu bringen, sondern mehr Welt zum Sprechen zu bringen. Und das ist nur eine, es scheint vielleicht nur wie ein kleiner Unterschied, aber man kann den vom Alltag bis zu den großen Lebensentscheidungen als Leitfaden einsetzen. Herr Rosa, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg für Ihre weiteren Projekte. Danke. Danke.